ja hallo leute ein bisschen abgeschnitten technische schwierigkeiten für technische schwierigkeiten so wie geht's euch es gab mal ostern ich hoffe ihr habt dich froh verbracht das haunde gegen den baum und dann gehen wir maximal rein ich habe jetzt seit zwei wochen ungefähr nicht mehr aufgenommen da vorne stürmen wir einfach ich habe zwei wochen nicht aufgenommen beim urlaub deswegen bin ich mir ein bisschen zeit ist es nicht dass ich nicht gespielt habe oder so ganz tief in der nacht in seinen mund drum ja aber ich habe nicht aufgenommen es war einfach sehr sehr viel ich habe ein bisschen waffen gewechselt gelevelt mit den 1944 das war ja 1944 shipment da habe ich mal die waffeln hochgelevelt einige auf gold ich glaube zwei drei waffen und das spiel habe ich dann auf auf diamant viele hasen zu viele hasen rauf weg zu viel falsch 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 so probieren wir mal hier die müssen hier raus laufen oder oder hat er der hat auf uns gewartet ja ist hochgelaufen nicht gewartet schlau wäre wenn man einen punkt eigentlich hält aber wir sind jetzt zurzeit unterliegen haben wir getroffen nein aber dafür hat ein anderer getroffen jetzt haben wir getroffen ich spiele übrigens mit domino das ist die weiße dame das gegenstück wo das war knapp das gegenpart zu diesem zu dieser dame die tauchen tut ja oder hat es aufgestellt das ist aber richtig gemein aber so macht man das noch er verteidigt einen punkt und wir können nicht einnehmen weil sonst würde man sterben warten wir ich höre was das war nicht schlau wir haben noch ein hund das war falsch falsch von mir egal egal ich bin noch vom shipment ich habe da ein bisschen rum experimentiert wie gesagt mit den fertigkeiten hund und genau diese wand habe ich auch aufgestellt wo ich habe gerade domino gesehen aber egal so wir laufen jetzt weiter und ist hier ist einer ja dann nichts mein punkt einnehmen ok niederlage 41 zu 75 versus ja so sieht die aus verschleiert domino mit einer rund von mondstein alles in weiß fast alles in weiß die granaten sind so ein bisschen blau aber egal das wichtigste ist es passt alles so zur ausrüstung ich verwende jetzt noch mal die pistole weil dann weiß ich wo was wo sich was bewegt so docks out da ist er bumm habe ich ihn erwischt aber der hund ein hund hat er sich da vorne a wird eingenommen wir stürmen zu a b wird eingenommen fast ok der typ bestimmt wartet auf uns nein nein lauf nicht aus nein wunderbar also ich habe gewusst dass er eigentlich da ist es macht sinn ich würde auch so sitzen aber wir sind oder der ist gut ich bin blind ich sehe nicht genauso viel wand ok ja war richtig gut oben was ist das was ist das für ein fisch was da rumläuft diesen jack kenne ich eigentlich gar nicht beziehungsweise ich habe noch nie gesehen wir nehmen mal b ein vorsichtshalber vielleicht noch mal hier noch eine zack wir haben ihn erwischt mega mario f lc ok mit der b auf reichweite schlecht gut ja probieren wir noch mal probieren wir noch mal so durchladen abhören jetzt das ist überraschend tschuldigung aber wir nehmen den punkt ein da ich habe doch gewusst ich hab's doch gewusst ok c ist nicht unseres aber verlieren wir auch nein 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 ich hab's gesehen reiniger hat uns gerade gereinigt alles gut ist nicht schlimm so da vorne müsste eine sein wie wir ist die kämpfe ein bisschen munition ihr seht ich habe munition gebraucht bei shipment vielleicht stelle ich dann auch auch noch spiele spiele gleich noch einen oder drauf ich hab's gesehen aber das ding haben wir weg so hund macht der job verbrennen ok mit holger hatte geschossen oder das sah ich zu spät und habe zu spät reagiert so wir nehmen ein helfen unsere leute aber wir sind eigentlich schon zu spät es hilft nichts verloren und sind auch blind so wer hat geführt gegner team mega mario flc herzlichen glückwunsch reiniger hat er mitgemacht wie schlecht immer mit dem reiniger raus stabil dann danke bis da ab suiv wonder ab und e